Wir haben heute die politischen Grundentscheidungen für unsere Partei und natürlich auch ein gutes Stück für unser Land getroffen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, das ist natürlich ein bewegender Tag, aber es ist eine große Freude, wenn eine gesamte Partei meinem Vorschlag freut. Das ist mir eine Freude und es ist vor allen Dingen für Boris Rhein eine großartige Herausforderung für erfolgreiche Arbeit. Lieber Boris Rhein, Glück und Segen und alles Gute. Lieber Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist heute ein in der Tat ganz besonderer Tag. Es ist ein ganz besonderer Tag für Volker Bouffier. Er ist einer der erfahrensten, er ist der erfolgreichste Ministerpräsident in Deutschland und hat heute einen Stabwechsel eingeleitet, der wahrscheinlich auch in Deutschland seinesgleichen sucht. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo anders so funktioniert hat wie bei uns. Das ist ein Übergang in Freundschaft und Übereinstimmung. Und das spürt man und das sieht man, wenn Sie die Stimmung eben erlebt hätten und insbesondere, wenn Sie das Abstimmungsergebnis erlebt haben. Das ist ein einstimmiges Votum.